Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. 800 Gramm Hackfleisch gemischt 4,29 Euro. Millram Käsescheiben 1,29 Euro. 500 Gramm Jakobskrönung 4,79 Euro. Rispentomaten Kilogramm 1,39 Euro. 1 Kilogramm Rhabarber 1,79 Euro. 1 Kilogramm Möhren 1,11 Euro. 500 Gramm Spitzpaprika Rot 1,59 Euro. 3 Kilogramm Holzkohle Briketts 2,49 Euro. Derigold Original irische Butter oder Streichzart 1,69 Euro. 25% Rabatt auf alle Artikel von Maggi. 2 Liter Coca-Cola oder Fanta 1,29 Euro. 2500 Gramm Speisefrühkartoffeln 3,79 Euro. Chiquita Honig Melone 1,79 Euro. 1 Stück Sesprie Kiwi Gold 55 Cent. 500 Gramm Trauben hell 1,29 Euro. 3 x 250 Gramm Cevapcici 5,37 Euro. 1 Kilogramm Schweine Rückensteaks 6,66 Euro. 500 Gramm Schweine Bauchscheiben 2,99 Euro. 800 Gramm Hähnchen Grillplatte 3,49 Euro. 100 Gramm Bayerisches Jungbullen Atterkot 1,79 Euro. 400 Gramm Bratwürste 2,19 Euro. Mini Rostbratwürstchen 2,49 Euro. 200 Gramm Schwarzwälder Schinken 1,99 Euro. Mini Geflügel Wiener 2,29 Euro. 500 Gramm Geflügelfleischwurst 1,99 Euro. Frikadellen oder Frikadellenbällchen 2,79 Euro. 250 Gramm Frühstücksknacker 2,49 Euro. Hähnchenbrustfilet Roulade 1,79 Euro. 5 Stück Heringsfilets in Creme 5 Euro. Hofmeyerbockwürstchen 2,79 Euro. 600 Gramm Wolf-Münchner Weißwurst 3,99 Euro. Gutes Land Ziegenkäse Scheiben 2,39 Euro. Fettarme Haarmilch Laktosefrei 1,19 Euro. Frischkäse Laktosefrei 1,19 Euro. Haltbare Schlagsahne Laktosefrei 1,09 Euro. Joghurt Laktosefrei 99 Cent. Géramon 2,99 Euro. Danone Fruchtzwerge 1,99 Euro. Bresso Frischkäse. Zubereitung 1,99 Euro. Landliebe Sahne oder Grießpudding 1,99 Euro. Branche 99 Cent. Hirtenkäse 1,29 Euro. Bergader Almzeit Weichkäse oder Bavaria Blue 1,79 Euro. Mando Italiano Gnocchi oder Tagliatelle 1,69 Euro. Kinder Maxi King 99 Cent. Wein Stefan Fruchtquark 1,49 Euro. Dr. Oetker Grütze oder Sahne Pudding 1,99 Euro. Gutes Land Gourmet Frucht Joghurt 35 Cent. Gutes Land Back Camembert mit Dip 2,99 Euro. Genusswelt Premium Fertiggerichte 2,99 Euro. Italienische Fertiggerichte 2,49 Euro. Genusswelt Lasagne Bolognese 4,29 Euro. McCain Golden Longs 1,59 Euro. Froster Fertiggerichte 2,99 Euro. Dr. Oetker Intermezzo 1,49 Euro. Kopenrad und Wiese Sahnerolle 2,49 Euro. Ferrero Kinder Schokobongs 2,49 Euro. Lorenz Erdnuss Locken 1,29 Euro. Lorenz Grundchips 1,29 Euro. Schogetten 79 Cent. Elephant Pretzels 1,49 Euro. Wenn Sie keine aktuellen Kataloge verpassen möchten, können Sie gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie es mit einem Daumen nach oben markieren und es mit Ihren Freunden teilen. Auf diese Weise können wir mehr Menschen erreichen und unsere Gemeinschaft vergrößern. Wir schätzen auch Ihre Kommentare und Ihr Feedback sehr. Teilen Sie uns gerne mit, was Ihnen gefällt und ob wir etwas verbessern können. Herzlichen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 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 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.